Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Weltkompakt-Vodcasts. Teile der Redaktion waren gestern bei der Deutschlandpremiere des neuen Superheldenfilms Super. Der Superheld dort hat keine Superkräfte. Er benutzt eine Rohrzange, um seine Gegner niederzustrecken. Wir werden mal in der Redaktion nachfragen, welche Superkräfte das Team gerne hätte. Wir sind in der Sportredaktion und fragen mal bei Jörn Main nach, welche Superkräfte er denn gerne hätte. In den 90er Jahren gab es mal so eine Serie, die hieß der Rote Blitz. Aber so ein Typ, der konnte unglaublich schnell laufen, das hätte ich gern. Flash Gordon. Flash Gordon, genau. Alexander Racco räumt ja in der deutschen Politiklandschaft meistens auf. Wahrscheinlich aber ohne Rohrzange. Aber welche Superkraft hättest du gern? Ich hätte, glaube ich, gerne soziale Kälte. Dann würde ich mich wahrscheinlich besser... Nochmal, nochmal, nochmal. Anne-Kathrin Hassel würde wahrscheinlich gerne fliegen, oder? Nein, ich hätte gern die Muskeln von Meister Propper. Aber dafür mehr Haare.